Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich spiele heute World of Tanks. Es ist jetzt nur noch Freitag, gleich fahre ich los. Also erst am Sonntag wieder zu Hause, Sonntagabend. Deswegen mache ich auch kein Livestreaming, obwohl wenn ihr das seht, ist es ja sowieso schon zu spät. Gut, ich spiele World of Tanks. Was ist denn das? Habe ich den Geschenk gekriegt? Generation, die Panzer ist ein Rang aufgestiegen. Okay, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Das war der hier, ne? Ach, warte mal. Jetzt habe ich denen einen Ping gegeben. So, wollen wir nicht machen. Wir wollen den anwählen. Beim Ausrüstung anschauen. Ne, hä? Ein Sechser. Mein erster Sechser-Panzer. Geschenk gekriegt. Ist ja nice. Abholen. Was gibt es denn hier noch zum Abholen? Ich habe gerade die ganze Werbung angeschaut gehabt und habe mir gedacht, komm, jetzt starte ich das Video. Okay, das dauert noch ein bisschen. Ich habe noch null Fotos von 1.000. Gut. Ich bin ja noch bei den Vierern am Kämpfen. Ich wollte den einen Panzer nochmal schauen. Den, hier, den habe ich ja alles bis auf den noch gekauft. Da brauche ich noch vier und vier. Ja, nächster Kampf habe ich das Geld. Bestimmt. Gehen wir davon mal aus. Dann spielen wir jetzt heute, ich würde sagen, der Ami, der ist schon fertig. Ja, ich muss nur noch diese freispielen, die beim Panzer freispielen. Hm, der Ami, der ist fertig. Der Deutsche ist auch fertig. Ausrüsten, da fängt auch noch die beim Panzer. Der russische Panzer, der ist noch nicht ganz fertig. Ups, der ist ja doch schon fertig. Der englische Panzer. Okay, wir spielen den englischen Panzer. Let's go. Starte mal. Viel Spaß. Okay, und es geht los. Lautstärker ist gut eingestellt. 30, 30. Vielleicht ein bisschen lauter. So vielleicht. Okay. Das müsste jetzt reichen. Alles aktiviert. Oh, oh. Oh. Ach so. Ich war ja gerade auf dem WS. So, ich bin ein schwerer Panzer. Der einzigste in meiner Gruppe hier. Und der einzigste auf dem Spielfeld. Der ging glatt durch. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Es wird fest. Wirkungstreffer. Kette wieder funktionstüchtig. Los geht's. Volltreffer. Ich zerstöre seine Kette sowas von... Ist im Arsch. Wir haben sie voll erwischt. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Der ging voll durch ihre Panzerung. Das muss wehtun. Wir haben sie bös erwischt. Ich erwischt die doch gar nicht. So. Kette. Ich hau die Kette hier kaputt. Panzerung nicht durchschlagen. Der ging nicht durch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Immer voll auf die Kette hier rauf. Zack. Der ging nicht durch. Panzerung nicht durchschlagen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Frisst mich nicht. Ha 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 ha. Los macht ihm mal einer kaputt von hinten. Ich hab seine Kette. Der ging nicht durch. Panzerung nicht durchschlagen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging nicht durch. Panzerung nicht durchschlagen. Der ging nicht durch. Ah, er hat sich befreit. Wir haben sie bös erwischt. Volltreffer. Wirkungstreffer. Und down is a. Jawohl. Jetzt sind er da hinten. Da ging voll durch ihre Panzerung. Kette wieder funktionsflüchtig. Los geht's. Volltreffer. Helfe mir mal einer. Wir haben sie. Und down is a. Keiner wenige. Wirkungstreffer. Wir haben sie. Der ist abgeprallt. Okay, der nächste down. Hey, wir sind noch zu zweit. Bleib hier kleiner. Fahr doch zurück. Ach, komm doch hier mit rein. Meine Güte. Müssen die immer auf dem Kill aus sein. Allein habe ich keine Chance gegen den. Auch wenn es nur ein mittlerer Panzer ist. Aber ich bin fast tot. Okay, ein Schuss noch. Fahr zurück. Weiter. Okay. Bagus. Sehr gut. So. Das war mal ein sehr schöner Kampf. So habe ich den einen die ganze Zeit immer nur die Kette zerschossen gehabt. Das hat wahrscheinlich ein bisschen aufgehalten. Aber. Ich würde mal sagen, das war ein schöner Kampf. Von mir. Von den anderen nicht. Ach, von mir. Gut. Schauen wir uns mal das Ergebnis an. Vielleicht das nicht. Manchmal drüge ich das aus Versehen weg. Alle Gegner. Ja, ich weiß. Hallo. Abgestürzt, ja. Ah, geht doch. Das ist das Ladebildschirm. Da sind wir. Zack, zack, zack. Eins. Eins. Ein bester Spieler. Ein weitergehen. Und dann schauen wir gleich das Video noch an. Dann kriege ich nochmal. Mega. 1.374 Schade. Dann bin ich ja mit denen auch schon fertig. Na gut. Okay. Dann werde ich mal sagen, ich schaue mir das Video hier an. Und sage bis gleich in der nächsten Minute. Okay. Wir sehen uns bei diesem Bild jetzt gerade wieder. Denn mein Engländer ist fertig. Nur durch den Einkampf habe ich ja 20.000 Punkte oder sowas gekriegt. Keine Ahnung. Sternchen. Und jetzt wird als nächstes der Chinese kommen. Welche ich mir von dem Panzerkopf weiß ich noch nicht. Deswegen. Oder ich mache erst noch die hier fertig. Zack. Und. Komm. Dann spüre wir den. Bis gleich. Okay. Die zweite Runde geht los. Wir spielen den Amerikaner. Ich fahre nach oben rechts. Legen wir los. Da kommt das Flugzeug. Das abstürzt. Liegt er schon da? Nee. Jetzt liegt es nicht da. Okay. Ich dachte immer, du hast ja so eine Grafik. Und jetzt habe ich das erste Mal gesehen, dass da wirklich dann da liegt. Upsa. Ui. Oh. 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 Sie kann jeden Moment reißen. Sie kann jeden Moment reißen. Sie kann jeden Moment reißen. Oh. obwohl ich war gar kein leichter, ich war mittlerer, mittelschweinere Panzer. Ja, schauen wir uns mal aus dem Ende das Match noch anschauen. Sieht es bislang gleich stark aus, jetzt liegen wir im Führung aber nicht mehr lange. Da ist die, der Jäger, die Jäger, da ist der Jäger, es wird knapp auf jeden Fall, 3 gegen 3 und 2 gegen 3. Deine ist fast tot, Benton, der ist auch fast tot. Ne, das schauen wir nicht mehr, leider nicht. Naja, aber die nächste Runde wird wieder besser. Bis gleich. Ich wollte ja noch die Dingens zeigen. Ach, ich vergesse immer. Welchen Platz habe ich gemacht? Oh, 190 Sterne. Ich kann ein Video anschauen, kriege noch ein paar Sterne mehr. Ich war der zweitschlechteste von allen. Sogar die waren alle besser. Gut, dann sagen wir das gleiche, ich schaue mir das Video an, dann geht es weiter, nächste Runde. Die letzte Runde für heute ist in Gang. Ich mache jetzt mal 3 rum, weil ich habe gemerkt, letzte Woche 2 rum, war ein bisschen wenig, deswegen kommen jetzt mal 3 rum. Jetzt hoffe ich, dass ich mit meinen Amerikanern ein bisschen besser spiele. Wenn nicht, ich habe ja nochmal 3 rum, sprich, für morgen das Video. Schleichen wir es mal hier hinten an. Ich glaube, bei dem war ich immer da hinten in der Stadt, auf der Brücke gewesen, bei dieser Karte. Aber nicht mit diesem Panzer, oder? Doch, mit diesem, ich weiß es nicht mehr. Vorher war es eine gute Position. Volltreffer! gibt es doch nicht vier panzer hier drei mittlere und einmal dahinten der hunter also ich kann euch schon mal versprechen ich werde es ja jetzt heute schon aber in diesem video nicht mehr schaffen den panzer komplett aufzuwerten aber das werde ich in den nächsten drei schaffend chino china wurde es trifft 3 gegen 5 der eine ist fast kaputt, die anderen meinen, der ist glaube ich afk hier die kommt von links von dahinten kommt die kleine hexager hetzt mich nicht bandito da wo ich stehe ah der eine ist wieder da er hat sich bewegt er hat die ganze zeit gewartet ist organisiert worden er wird von zwei seiten beschossen von dahinten von da von vorne von rechts er müsste über ein auto gefahren das ist bestimmt das auto von 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 vorfahren letzten schuss absetzen schön das wird doch noch spannend hier ah Mist los haut ihn weg haut ihn weg ah beide nicht in gesicht weit schön 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 die sau 40 die rocken das ding die rocken das ding fahr nach vorne hetzer kessit den ein schön oh ich habe sogar geholfen bei Zerstörung weil ich den einmal angeschossen habe gut schauen wir uns das Ergebnis an wie es aussieht ich war wieder schlecht aber 1900 halt weil wir gewonnen haben und ich dann mal 5 kriege oh ich kann die angucken naja die waren auch noch alle schlechter als ich also war ich der neunt beste hört sich besser an wie der sechst schlechteste also ich gehe hier nach den Schaden 237 der hat ja mehr Schaden als ich gemacht ach ich habe 87 ok passt schon gut dann sage ich mal Dankeschön für das Zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr bei seid bis dann habe ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen tschau tschau ein ein 1 2 4 4 5 5 6 An